Herzlichen Glückwunsch, dass ich mich versprochen habe an dieser Stelle. Ich wollte Ihnen eigentlich sagen, guten Abend und herzlich willkommen im Martin-Ovolanges-Kochstudio. Ich habe heute für Sie vorbereitet, Reis im Reiskocher Tristar zubereitet, sehr einfach zu benutzen, einfach nur etwas zu verbrochen und dazu auch schön aus der Dose Uncle Bains Chinesisch und Setschumann. So, man nehme zwei Portionen von dem gut gedüngten Leckerbissen, sieht aus wie Kotze, aber schmeckt trotzdem gut. Ich öffne die gut gebüllte Maschine, meine Lieblingsmaschine, die Mikrowellen. Ich glaube, es ist irgendwie ein Beispiel, wenn meine Hälfte meines Lebens Mikrowellen-Food genossen habe und immer noch genieße. Ein Minuten werden reichen, keinem Grund für die Werbung. Dann sind wir wieder süß für Sie da mit wunderschönen Reis von Sezuan. Neue Magik, Blick, blickte Sachen wie Tüpfel. Spültassen, Bläser, Holz und sogar die Hände. Oh, ist das schön. Wenn Sie das brauchen, verkaufen Sie es. So einfach ist es. Viel Spaß beim Spülen. Mein Essen ist, glaube ich, gleich auch fertig. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Pause. Auch ein Martino Lange braucht Sport, um sich aktiv zu halten. Deswegen habe ich dieses neuartige Gerät entwickelt. Ich habe es quasi in einem Fitnessstudio gesehen und aus China bestellt. Ich benutze dies, um mich fit zu halten. Tun Sie das auch. Martino Lange, quasi mein Freund, quasi ein Sportler. Schreiben Sie Bodybuilding? Ja, dann haben auch wir was für Sie. Das neue Weider-Protein macht auch Sie zum stärksten Mann in der Galaxis und zum Hummelkopf. Ruhe! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich habe keine Luft dafür, sie geht mir aus. Ich kann nicht mehr aufhören zu singen, tue ich nie mehr. Jetzt habt ihr mich am Arsch. Jetzt habt ihr mich am Arsch. Wenn die Stimme versagt, dann höre ich trotzdem nicht auf. Ich kann ja auch kreischen, das ist nicht schwer, ist nicht schwer. So, jetzt bin ich kaputt. Ich kann ja auch kreischen, so. Wenn ich nur kreische, dann singe ich weiter, bereite Gesundheit und Freude. Gesundheit und Freude. So, jetzt ist der Lampen weg. Angeheit und Freude. Angeheit und Freude. Angeheit und Freude. So, jetzt sind wir alle dabei. Oh, Regnade. Am Ende sind wir heiß. Also, jetzt sind wir alle dabei. Untertitelung des ZDF, 2020